Ja, damit herzlich willkommen zu Adventure Map Style auf einem geilen Server, den Simon weiß. Natürlich weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall ein recht cooler Server. Und wir spielen hier Mario Party und ich nehme gleich mal die Abkürzung auf Doom. Und wir müssen jetzt hier noch 180 Sekunden warten, bis es losgeht. Oh ja, ja, okay, okay. Ach, da unten ist dieser Zeiger, okay. Ja, deine Level-Anzeige. Guck, dass ich das auch mal weiß, ja. Dass mit dir ist auch mal jemand erklärt, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen... Ah ja, jetzt komm mal hier runter. Wo bist du denn? Ja, ich bin beim Spawn, warte mal, da ist die Kartoffel, die ist auch so geil aus. Ja, dann darfst du jetzt auch schon ein geiles Gesicht auswählen, musst du sogar. Watt muss ich, ja. Nimm Pitch, nimm die Bitch. Peach? Ja. Natürlich bist du Peach. Du bist War... Äh, was? War... War Video. Ich bin ja auch wichtig. War Luigi, ich bin Peach. Ja, Peach. Nicht, in New York. Kannst du nicht, ganz ehrlich, habe ich schon probiert. Gremio, Peach, da bin ich Peach. Hast du schon draufgedrückt? Ja. Steht das bei dir im Chat jetzt drin? Ja. Du trittst ja klasse Peach bei. Okay. So, und ich, äh, also genau, wir sind auf einem Server, den wir immer in der Videobeschreibung verlinkt können. Äh, und, ähm, ich hab gerade einen Harten in der Hose, ne? Und spielen jetzt, ähm, Mario Party, das sind recht viele Minispiele, hu. Ähm, mal schauen, ob die Runde gut durchläuft, oder, ob es bei irgendwem, scheiße, abschmiert. Ha, du Mutter. Jetzt geht's los. Also, du musst auf deine zweiten Slot gehen und würfeln, also du musst mit der Hand zuschlagen, und dann, äh, kriegst du ein Feld gewürfelt. Welches Feld hast du gewürfelt? Hä? Was steht denn unten in einer Levelanzeige gerade? Drei. Ah ja, du bist ein Feld weiter vorne als ich. Das heißt jetzt? Dass du schon mal besser bist als ich, und jetzt kommt ein Spiel. Das ist PvP-Kid, das ist recht lustig, das ist einfach nur ein PvP-Spiel gerade. Einfach nur gegenseitig hauen, oder was? Das ist einfach gegenseitig umbringen jetzt. Boah, töten! Alter. Ich hab dich getötet, Opfer! Penis. Was ein Scheiß, ah, ohne Witz. Oh, was ein Scheiß. Ja, ohne Witz! Hui! Hui! Aua. Aua! Ah, die auf mich gehen, ne? Hallo, los mit euch! Ich bin Fame, die gehen alle auf mich. Ja. Sogar ich! Kann schon, geh auf der Guide! Schön gesteilt. Ja, man kann da gut, ne? Alter, wollt mich verarschen! Kann schon! Leu, meinst du's kaputt? Zoll das? Ja, ich bin Zweiter geworden! Und du bist auch Dritter! Du bist Dritter geworden! Nice, Mann! Krass, Alter! Jetzt kannst du mehr, jetzt, geh auf die Zweite Hand, jetzt kannst du mehr würfeln. Ich hab'n Elf gewürfelt. Was hast du gewürfelt? Ich hab'n Vier gewürfelt. Boah, das war schlecht. Ich glaub, ich bin weiter vorne. Ich bin Erster. Nein, Zweiter. Ich versteh' das überhaupt nicht, das Spielprinzip. Wär'n bisschen überfordert, ne? Hast du nie Mario Party gespielt? Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Es wird gespielt? Minenfeld. Du musst jetzt, darfst nicht auf die Minen, also nicht auf die Druckplatten treten, sonst wirst du zurückgesetzt. Wenn dann läuft so die Explosiv- ach, das ist ja super. Will ich verarschen? Nein! Fuck! Verdammt! Was geht denn ab, warum geht mein Sprinten nicht? Loll! XD. Das kann nicht wahr sein. Was nen Scheiß. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Zweiter geworden, schade. Verarschen? Du Peniser. Schon wieder Zweiter. Zweiter. Haha. Elf, schon wieder ne Elf. Ich hab'ne Zwei gewürfelt. Und ich bin schon wieder zwei. Alter, der eine ist ein. Fällt vor mir. Alter, was ist das hier? Was seid ihr für geile Noppsis? Wir brauchen noch 42 Felder. Oh, Mann. Schnee King. Das ist nicht so gut, das Spiel, finde ich. Ich bin wirklich innerhalb von 2 Minuten mit dem Gewehr zu töten. Aha. Ist das das Gewehr, oder was? Ja, das ist richtig kacke, das Spiel, finde ich. Weil du spawnst und bist tot. Ja, One-Hit war. Ja, aber ich spawne gerade und bin tot. Das finde ich nicht gut, das Spiel. Ach. Vor allem, die Ding ist vielleicht beschissen. Weißt du, was geil ist? Was denn? Ich stehe oben auf dem Ding drauf. Alter, hä? Die Schneebälle fliegen ein bisschen seltsam. Will ich auch sagen. Alter. Man konzentriert sich ein bisschen. Ja, gerade schon. Ich habe bei dem Spiel noch nie gewonnen. Ich habe das Spiel auch nicht so oft gespielt, aber ich finde es kacke. Wegen so kack, äh, weil der Sporn einfach so kacke beschissen ist. Alter. Ja, vor allem der Chat ist voll gerauscht mit der Scheiße, ne? Und ich bin dritter geworden. Alter, was? Ja, Mann, ich bin zur Zeit, ich bin heute zwischendurch. Wo sieht man das dann? Fünfter. Oh, eine 2 gewürfelt. Jetzt habe ich es versaut. Alter Schwede. Ja, was, was bringen da? Lol. Alter Schwede, jetzt bin ich dritter. Ich weiß nicht, ich verstehe gerade das Spiel. Du bist, du bist 8, auf 8. Pferderennen ist nicht so toll. Aber Pferderennen macht auch Gespräche. Ja, Pferderennen ist ganz gut. Hä, wo müssen wir denn hier hin? Da hin, wo die ganzen Pferde sind. Hallo, die geilen Noten. Ich sehe nichts, ich habe nicht. Und alle anderen Pferde sind schneller als ich, schön. Kann man nicht sprinten? Ja, man kann sprinten oder was? Echt? Nee. Nicht? Alter, man muss irgendwie sprinten können. Die gehen ab wie Schnitzel, ne? Boah, ich bin der Letzte hier Noten. Hängt hier voll auf den Arsch, ne? Weißt du schon. Jetzt brauchen wir uns halt hier schneller als ich. Was ist der Scheiße eigentlich? Alter, dein Ohr. Da haben wir die Kurven schön. So. Was passiert, wenn man runterfällt eigentlich? Ich werde es ja mal machen. Nee. Ich bin doch nicht doof. LOUL, jetzt bin ich runtergefallen. Was seid ihr, Scheiße? Ja, das ist ja Scheiße. Ernsthaft ist mir ganz hinten. Alter Schwede, ich werde sowas von dich Erster. Oh. Oh, nein. Ich bin Letzter. Ist auch kein Wunder. No Lox, HD. Oh, die 2. Eine 6 gewürfelt. 2, was denn Scheiße. Ich bin auf einem besonderen Feld, glaube ich. Hä? Nee, doch nicht. Passt schon. Oh, ey, was denn Kack, ey. Es wird gespielt. TNT Run. Habe ich noch nie gespielt. Das ist ja gut. Versuche, so lange wie möglich auf einer Plattform zu stehen. Der letzte... Ah, doch, habe ich schon gespielt. Das ist lustig. Hä? Was musst du doch jetzt machen? Hinter dir... Oder? Was? Bist du denn? Doch, hinter dir... Hinter dir zerstört sich, glaube ich, das immer. Ja, genau. Hinter dir zerstört sich... Ähm... Äh... 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 Ach so, okay. Man sollte also nicht da reinfallen. Das wäre natürlich Scheiße. Wenn du reinfallst, bist du tot. Hat dir einen Noobs, ey. Also renn am besten da, wo keiner rennt. Hallo? Wir... Vergiss es sogar, die Mitte. Ich probiere hier gar niemanden, hier überhaupt auszuschalten. Ich probiere hier einfach nur zu überleben. Ba-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Wieder einer und ich, er... Äh... Wir beide die gleiche Taktik machen und einfach nur am Rand entlanglaufen. ja es ist eigentlich das ist kann man denn da reinfallen verstehe ich nicht ich auch nicht der erich ist da jedes mal reingefallen ja du darfst halt auch nicht stehen bleiben und ich glaube der stehen geliebt das hat gerade gemacht man wie kann man da nur reinfallen du darfst halt nur nicht ganz stehen bleiben dass der eigentliche trick dabei du musst ja nicht mal anscheinend ich kann mir sonst nicht vorstellen wie man hier stirbt weil ganz ehrlich man kann ja sogar gehen und wenn man bei ihm gehen keine einer sprünge schafft dann das ist verkackt war zu ne hohe ding irgendwie und dann und so wie viel lebt man eigentlich mit dritter jedenfalls das heißt zwei leute lieben nur der eine ist verkackt du bist erster fuck yeah alter ich hab's doch gewusst dass ich gewinne hier sehen wir den pro an ey ha ich bin aber dritter geworden komm ganz ehrlich fürs erste mal ja nutten drei fünf von 15 du hast eine drei gewürfelt 15 gewürfelt du bist bei fällt 8 und 30 in die 30 8 und also das noch acht dinger und wo bin ich jetzt ich habe noch acht felder vor schicken mengen ist auch fällt 49 braucht 19 felder bis zum ziel naja mob arena das mag ich da kackt immer mein spiel ab da bleib ich an der seite stehen weil ich weiß nicht hier sind wir aber kackt ein spiel ab ja am besten mische ich mich da gar nicht ein ja weil da sparen zu viele mobs um dass ich da drin bin weil das verträgt mein internet nicht da kackt immer mein internet völlig ab und skype stirbt ah ja ok also wenn du weg bist dann weiß ich woran ja dann kann ich nämlich nicht mehr in die party rein sein deswegen stehe ich ja auch gegenseitig hau nie ne ne auf dem meint er herrn so 11 muss man da haben es sei jetzt wichtig dass man ganz viele leute kill oder was oder wie ich weiß ich meine monster er hat das connect man schon oder ich hasse mob arena schon tendenziell sollte ich verarschen naja ok simon wie schon gesagt internet probleme bei mob arena ich weiß nicht warum jetzt skype geschmiert schönes ding den rest stehe ich leider bei pilnchen angucken wir wollen mal nummer fünf weil mob arena verträgt mein internet nicht da hin ich habe bemerkt bei dir gehört es nicht ab ne bei mir stürzt dann einfach mein internet ab zu viele mobs entweder du nimmst ich weiß jetzt gar nicht willst du noch den rest aufnehmen oder wollen wir jetzt hier erstmal pause können wir so bist du noch drinnen nein leider nicht ach du bist nicht mehr drin aber ich kann dir zuschauen ja ich schau dir zu dann schaust du mir zu oder zu werden und das müssen wir jetzt wuhlblock wuhlblock ich muss jetzt hier irgendetwas machen äh du musst ach so war aber auch so das coolste gelb Prozent ja das gelb sollte gelb sein also da muss ich halt immer ein bisschen beeilen Prozent krebs oder und nehmen gelb ich hoffe es mal die hier ich hoffe die nächste Falle noch mal runter finde ich lustig äh blau ich renne immer voll umständlich aber scheiß drauf ne blau so ich muss kurz schauen dass ich irgendwie wieder in deine Lobby komme ich weiß noch nicht mehr welche deines immer noch blau immer noch blau was denn scheiße das hier spät darf ich schwer ne weil du äh dreimal blau hintereinander scheiße ne ja das stimmt und seit zufällig nochmal blau r haut warten gewalttätige spiele so wieder ich will aber wenn ich sie sicht der erste seite runterfällt weil das ist peinlich das ist wirklich peinlich am ende ist aber nicht mehr peinlich am ende musst du einfach nur auf fall noch ganz viel runter alter finde so gelb der nächsten so hat haben wir jetzt die da warten glücker hat haben wir jetzt war zu langsam war da war definitiv zu langsam alter finde steht da irgendwo in welcher lobby du bist ich weiß es nicht die was fünf was party fünf als ist zu ende aber das spiel ist zu ende jetzt sag mal wie die paar dort drin was gerade von party gesagt oder der party ja was ist auch mal wie viele leute sind bei dir drin kannst du mal kurz zählen fragst mir was ja das ist ja doch ich kann das nicht mehr wenn die runde zu ende ist so ob wir am start am start ja sag mal ganz kurz hallo ich bin am ich bin am spawn minute ach bist du raus oder was ja nein habt ihr verloren oder gewonnen oder was ich hab von gut ich weiß gar nicht ob wir nicht gesehen wo ich war jedenfalls habe ich 98 punkte oder gilt oder hat das ist ja so wo bist du denn ich bin gerade am ding ist und jetzt wenn wir erst mal kurz weil wir haben gerade 15 minuten und dann haben wir uns eine neue lobby und ich hoffe es ist mal noch keine mobiler sind tromponiert über trampolin übrigens ich weiß gerade gar nicht wo ich bin glaube ich bin einfach gut 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 kann es sein ich glaube lustig ich bin eisgelt auf falschen server fmg ich denke schon äh wo bist du denn ja ich habe so viele von den servern und ich such dich und such dich und bin grad glaube ich auf falschen server-connected so schön naja, gut ne, äh, wo bin ich ab? kommst du jetzt, dann mal zusammen ab, 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 äh, abschließen ja, ich suche schon, ich suche gerade den Server, ich weiß nicht, welcher das gerade ist, ich glaube, der hier ist ja, der hier ist es schon man sollte ja auch die Server so genennen, dass man auch weiß, was das ist, ne? ja, ich hab halt so viele von diesen Serveren und eigentlich spiele ich ja hier nicht so viele drauf, nur manchmal so, jedenfalls hab ich nen Helm gekriegt, da fühl ich mich voll fame ey, warum gibt's hier kein Trampolin mehr? ich hab kaum, ich hüpfe da die ganze Zeit what the fuck ach so, ich bin wahrscheinlich in der falschen Lobby, äh, vielleicht Lobby 2 ja, nein, Lobby 2 ist es nicht also ich seh jetzt leider keine Spieler, weil ich grad das aus Versehen mit dem grauen Ding da weggetan hab Lobby, Lobby 3 ist es, Alter jetzt kann ich sie wieder schießen, die Leute ja, ich komme ich war doch nicht auf dem falschen Server, ich war nur in dem falschen Lobby ah ja, das wäre ärgerlich, so ja, man kann hier auch Lobby ändern, ach so ist das ok, ja, äh, ich hoffe es hat euch so gefallen jetzt, äh, das ist einfach so ein Gelegenheitsspiel bei uns, ja, das wird's jetzt nicht das wird's nicht regelmäßig geben, aber wenn wir einfach mal Bock drauf haben, irgendwie wir werden vielleicht auch mal einfach eine Art Adventure Map spielen, die wir auf unserem Server und auf MEINEM Server das ist ja deiner, ja stimmt, äh, ich bin zu geizig was ist jetzt eigentlich mit einem Battlefield Server, hm? äh, weiß ich nicht ich weiß, es gibt eigentlich so viel Server und eigentlich, ja, ich weiß nicht das Problem an Battlefield Server ist halt immer, dass es so leer sind also entweder du hast uns Server, der gut ist und wo Leute, äh, Favoriten machen dann, oder du bist halt groß auf YouTube und ja, ne dann ist ja immer frei aber das ist ja nicht so, ne mh so, ich denke mir mal, wir schließen jetzt hier die Aufnahme ab und, äh, ja, ich bedanke mich für's zu gucken und, äh, mir wird jetzt langsam hier ein bisschen doof, äh, weil die ja wenn du dir überlegst, ich haut's mal von Trappeln runter oh man, okay, das war's, bis zum nächsten Mal genau, das war's jetzt und, ähm, ja, bis denn, haut rein tschüss tschüss